Okay, haltet. Alles nehmen? Was auch immer ich gerade gemacht habe. Einmal Potze mitnehmen. Muss ich ja ganz oft A drücken, oder wie? Missbrauch. Weißt du, was mich freist. Kleine, aber auch immer. Hat es cooler. Ok, ich glaube, ich gehe gleich drauf von dem ersten Gegner. Ja, ich bin schon tot. Kann ich aber mal diese scheiß rockende Strap-Musik da ausschalten? Oh Gott, kann man das irgendwie... Einstellungen. Äh, Option. Bildschirm-Einstellungen, Online-Einstellungen, System-Einstellungen. Untertitel. Untertitel in Sequenzen. Ja, das ist nicht... Ich will diese blöde Musik ausschalten. Ach, das geht natürlich nicht. Ich kann die Musik nicht ausschalten. Ach Gott. Die regnet mir jetzt echt schon auf. Vielleicht gibt es da irgendeine Möglichkeit eigene Musik oder so später einblenden zu lassen. Damit ist es wieder ganz gut. Und dann ist das, was mit diesem... absolut ist. Magisch. Also merken Level 3 ist... zu viel vermutet. hat wie ich noch was an wenn ich mit ich kann die wahrscheinlich nicht als Ziel nehmen. Gut, äh, mal schauen, ob wir die da vorne ins Ziel nehmen können. Das ist ein Räderpunkt, die wir jetzt machen. Ich weiß nicht, ob wir die Räder nicht sind. Ich weiß nicht, ob wir es sind. Sliding Slinger Scream Edge Scream Grenade Now let's go find an opponent that's worth our time Nice work He didn't have to be like this Attack from Rain Follow me Target in the site Mail Traction Assert 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 Land Assert Assert As we go Let's go find an opponent that's worth our time. We got him. Let's move. The rain is starting to let up. Just in time for sunrise. Follow me. I promise you're gonna love this. Garantiert werde ich das nicht lieben. Okay. U.S.A. U.S.A. Schon wieder. Ich bin in Säger. Ich bin einst. Oh, das ist ein Querlaba. Und dein Gericht? Ich bin einst. Du bist über Natur,百gasmutter! Ich bin einst. Sie sind alle Indigenöse, so wie wir wissen können. Wir müssen lernen, mit diesen Leuten zu spielen, wenn wir versuchen, uns zusammenzunehmen. Wir heißen diese Planeten, Mira. Hi, Mott! Aber die Indigenöse sind eine andere Geschichte. Einmal großartig, einmal. Sie sind alle dumm. Wir haben unsere Option, die High Road hier wäre sicherer Weg zu gehen. Relativlich. So, Tipp von Elmar, Sprinten. Wenn wir vor Sonntuntergang ankommen wollen, sollten wir uns ranhalten. Sprinten ist super, wenn du es mal eilig hast. Oder dich auf eine haarige Situation herausziehen musst. Sprinten mit L1 eindrücken oder Autospritten RB... Okay. Neues Gimpf. Play das riesige Gebiet da hinten im Rosten ist die ehemalige Wohnanhalt des Weißen Wals. Unsere jetzige Heimatstadt. Folge einfach den Weg hierher auf den Klippen, der führt dich da hinten. Okay. Boah. Das sind schon riesige Fischer. Nein, wir rennen, wir rennen, wir rennen, wir rennen, wir rennen, wir rennen. Lass uns da keinen Kampf ein. Wir rennen hier einfach durch, das schaffen wir, das geht auch nicht. Ich hab gesagt, wir sollen rennen, also rennen wir. Elmar, lebst du noch? Elmar. 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 Ah, das ist ja klar. Che, siehst du aus. So Viecher wie dich hab ich in Final Fantasy auch gejagt damals. Also im 13er. Ich muss mal ganz kurz in den Stream reinhören, ob man eigentlich was hört. mal dringend. Anschließend. Ich bin großartig. Alles gut. Ich bin großartig, die Straße, nicht? Wie ist alles? Das war bloß das Gravige Heimat. Das war nur das Verhältnis, ich bin großartig. Und das war nur das Verhältnis. Das war eine Bedeutige Heimat. Und das war nur das Verhältnis und das geht. Das war einfach nur die Habitatschäuern. Das ist die West Gate. Es ist jetzt geöffnet, für die Sicherheit. Aber wir haben einen Freight-Elevator geöffnet, die uns in... ... in... ... Brexlis. Ryle. ... ... ... ... Ist das sicher? ... 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 Aber sie sind auch nicht so am liebsten. Ich habe es gelernt, dass es eine gute Linie zwischen Selbst-Defense und einem Krieg ist. Wir brauchen diese Linie zu gehen. Okay, gehen wir in. Wer weiß, vielleicht sehen Sie das inside, wird deine Erinnerung entgegen. Was auch immer ich gerade gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es Gold richtig, sagt zumindest die Trophäe. Das ist ja schon mal etwas. Und springen kann ich, wie kein anderer. Da gibt es einen Pierce. Hallo Pierce. Ah, das muss ich voll jetzt, okay. Okay, das bringt nichts, wenn ich jetzt hier bitte noch mal von. Oh, hallo, du bist bestimmt der Neue. Conor Elmer hat schon durchgefunden, dass sie dich gefunden hat. Nach so langer Zeit in der Stasis wirst du bestimmt nur noch nach Hause und schön duschen. Leider ist das Westtor gerade geschlossen. Wenn du die Stadt willst, musst du den Lift oben an der Treppe nehmen. Aber da ihr die Viecher erledigt habt, wegen denen hier die Alarmbereitschaft war, wird das Tor bestimmt bald wieder geöffnet. Bis es soweit ist, bitte ich um Geduld. Du verstehst das sicher. Okay, ciao. Mit dir kann ich nicht reden. Und du bist es auch nicht wert geredet wird. Oh, da kann man. Das war's online. Aufzug ist bereit. Und dann Aufzug. Auf, auf und davon. Mit dem Aufzug. Das sieht schon toll aus, bis auf die Charakteren. Die sind immer noch nicht schön aus, aber bin ich nicht so schlimm wie in The No Black Chronicles. Aber die Landschaften. Echt cool. Ähm. Wo oben? Ah, da jetzt. Okay. Der kann man auch nicht reden. Ja. Die haben auch noch nicht falsch. Das ist klar. Die sind immer noch nicht女isch. Das ist klar. Das war es auch nicht. Slecht. Das ist klar. Auf. Punkt. Wirklich. Das ist ein. Ich sage. Vielen Dank.